Ode, willkommen im Westerwald! Wir sind Selin und Christian. Das hinter uns ist unser Land Rover Defender 110 mit Dachzelt und super einfachem Ausbau mit Euroboxen. Wir zeigen euch jetzt mal unser Dachzelt. Da wir keine extra Leiter an unserem Heck haben, haben wir hier unsere Trittstufe angebaut, damit wir perfekt oben ans Dachzelt kommen, um die Riemen aufzumachen. Wenn wir hier den Reißverschluss nehmen, wenn es dann aufgeht. So, und dann wird es auch schon spannend. Dann müssen wir nämlich aufs Auto. Also ich bin immer für die Bodenarbeiten zuständig. Dann, wie bei den meisten Klappzelten, die Riemen außen aufmachen, Leiter ausfahren. Und ich springe jetzt einfach hoch und hänge mich hier unten dran. Nein, also ich ziehe dann von unten, dann ist das Aufklappen in der Höhe ein bisschen einfacher. Mein Job ist es jetzt, die Plane hier vorne mit diesen Metallstäben zu befestigen, dass es nicht mehr so flatt hat bei starkem Wind. So, damit ist die Vorderseite schon so gut wie fertig. Und dann machen wir hinten weiter. Passt jetzt gerade von der Höhe. Ansonsten haben wir auch noch eine Leiterverlängerung dabei. Hier oben wird es dann spannend. Hier ist eine Stange für das Vordach des Zeltes, die man hier unten rausziehen kann und dann in die richtige Position bringt. Und hier unten in solche vorgefertigten Ösen stecken kann. Tatsächlich ist es ein Horn Tools Desert One in der 1,40 Meter breiten Variante. Also keine Sonderausstattung. Also das Vordach ist quasi so, wie früher, wenn man es aus dem Laden kommt dabei. Es gibt andere Dachzeltnormalen, die lassen die Planer einfach hängen. Aber aufgrund von unserem Ausbau und anderen Gegebenheiten klappen wir die Folie zusammen und legen sie oben über dieses Klamottennetz. Und wir haben es jetzt einfach ein bisschen zweckentfremdet und benutzen es als Dachzeltabdeckungshalter. Ja, weil halt eben diese Horn Tools Matte schon relativ weit runter geht und das stört halt einfach, selbst wenn es hier hängt, kriegen wir halt unsere Tür nicht mehr auf. Und dadurch, dass der ganze Ausbau halt innen ist, brauchen wir halt einfach viel Platz auch nach oben. Und dann ist es das einfach ein bisschen einfacher, wenn es ein bisschen breiter ist. So, und jetzt können wir einfach ganz bequem unsere Tür öffnen, dann auch unseren Außentisch anhängen. Dieser Tisch ist einfach mit solchen Regalwinkeln und dem dazugehörigen Schlecksystem aus dem Baumarkt befestigt. Damit uns auch im windigen Westerwald das Zelt hier unten nicht wieder hochklappt und das Vordach auch ordentlich befestigt ist, haben wir hier zwei Abspannschnüre, welche man mit herkömmlichen Zeltheringen im Boden verankern kann. Damit einfach die Windsicherheit des Dachzeltes herstellt. Damit ist die Hinterseite des Zeltes auch befestigt und oben sind wir jetzt einzugsbereit. Ja, dadurch, dass wir das Zelt nicht mit dem ganzen Zubehör, sprich Kissen, Decken und sowas, alles zuklappen können, gerade wenn es ein bisschen kälter ist, haben wir das alles hier an der Seitentür verstaut. Hier unten sind dann die benötigten Kissen, die wir brauchen. Und wenn es halt ein bisschen kälter ist, so wie heute, nehmen wir meistens noch eine dicke Bundeswehrdecke mit hoch. Kissen Nummer eins, zwei Nackenstütze für die alten Männer. Und dann haben wir eigentlich alles oben, was wir brauchen, ne? Christian, sollen wir einmal bitte die Leiterverlängerung dran machen? Kannst du machen, Jan, hol die mal raus. Die Leiterverlängerung, genau, die haben wir einmal hier verstaut, weil das von der Höhe ganz gut gepasst hat. Das haben wir tatsächlich auch so gemacht, einfach, dass die nicht rumfliegt. Ist dann dasselbe System wie oben, ne? Einfach von unten in die zwei Laufschienen einführen, die Arretierung lösen und dann blockiert's. Hier haben wir von sehr netten anderen Dachzeltnomaden, die dürfen sich jetzt gerne angesprochen fühlen, eine wunderbare Schuhtasche bekommen, weil mit solchen dreckigen Schuhen ins Dachzelt ist halt nicht so schön. Wie zu Hause Schuhe aus, was da haust du, ne? Richtig, genau. So, und dann sind Schuhe verstaut und wir können rein. Genau, auch einmal Schuhe aus. Willkommen in unserem Dachzelt. Wir haben hier einen wunderbar breiten, 1,40 Meter breiten Schlafsack, in dem wir bequem zu zweit liegen können, auch bei kälteren Temperaturen. Kann man sich dann gegenseitig heizen. Einmal hier ringsrum haben wir für die späteren Stunden eine Lichterkette installiert. Und wenn man dann nachts das Licht ausgemacht hat, geschlafen hat und am nächsten Morgen aufsteht, hat man auf beiden Seiten solche Fenster, die man quasi komplett aufmachen kann. Also auch nochmal mit Verdunkelung und extra Netz, damit keine Fliegen reinkommen. Und dann kann man wunderbar diese Aussicht genießen. Ich habe immer einen Schlafiebeutel dabei, da kommen dann neue Sachen für den Tag mit rein. Und der wird dann einfach, da wir halt beide nicht so groß sind, dass wir vorne dran stoßen, wird dann einfach in die Ecken gelegt oder Handy, Brille oder sowas wird dann meistens hier dran gehangen oder einfach in die Seitentaschen gelegt. Wir haben hier noch Bundeswehrdecken, wenn es dann mal wirklich kalt wird, die sind genauso breit wie der Schlafsack, dann können wir sie einfach noch über den Schlafsack drüberlegen. Ist eigentlich schon auch ohne Standheizung ziemlich warm hier oben. Aber ja, auch eine Standheizung haben wir an Bord, eine Portable, die dann, wenn es wirklich ganz arg kalt wird, vor das Zelt kommt mit einem Schlauch, der hier ins Zelt geht. Und dann haben wir es hier mollig warm. Die Dachzeltheizung zeigen wir euch dann einfach mal und dafür gehen wir einmal ums Auto nach vorne. Unsere Standheizung haben wir für die Fahrt und auch für den Sommer, wenn wir sie nicht brauchen, im Auto versteckt. Einfach, weil sie dort für uns keinen Platz wegnimmt und dort am sichersten verstaut ist. Die kann man einfach rausnehmen. Die ist genau so aus der, also mit der Kiste bestellt worden. Und dann kann man sie aufs Dach stellen, dann mal wieder nach oben gehen. Ja, und dann wird die einfach hier vor das Zelt gestellt. Hier vorne der Wärmeschlauch wird einfach hier ins Dachzelt reingelegt. Der Reißverschluss wieder zugemacht. Über das Kabel und einen Stecker unten unter dem Fahrersitz direkt an die Batterie angeschlossen. Und dann wird es auch schon warm im Zelt. Zum Schlafen haben wir jetzt alles vorbereitet. Aber wenn wir uns tagsüber irgendwo aufhalten wollen und es regnet zum Beispiel oder die Sonne scheint extrem, dann haben wir hier eine Markise von Horn Tools. Die hat zwei Meter in der Länge und zwei Meter in der Breite. Und diese können wir einfach ausziehen. Und dafür haben wir hier unter der Markisenabdeckung einen Reißverschluss. Klickverschluss abmachen und dann einmal die Markise ausrollen. Jetzt ist die zweite Hand gefragt. Ja. Einer hält die Markise vorne fest. Dann haben wir hier hinten... Oh, mein Wind ist jetzt hier so sehr spannend. Das wäre so. Abstrebungsspannen, welche man einfach nur über so einen Schraubverschluss lösen kann. Und hier vorne in die Öse der Markiseaußenkante einmal reinsteckt. Und dann ist sie schon mehr oder weniger abgespannt. Und zwar dasselbe machen wir auf der anderen Seite. Festschrauben und dann ist das Dach der Markise auf Spannung. Damit nicht die ganze Zeit jemand unter der Markise stehen muss, gibt es natürlich auch Stützen. Damit ist die Markise auch aufgebaut. Die ganzen Abstrebungen hier sind tatsächlich gut gegen Windgeflatter und Regenablagerungen. Die kann man auf der anderen Seite auch festmachen. Also für die kleinere Leute, die können das dann ab der Mitte machen und die größeren dann halt hinten. Und für baldige Singles geht das auch bestimmt alleine. Da gehe ich voll aus. Und damit wir, wenn es regnet oder die Sonne scheint, nicht die ganze Zeit hier stehen müssen, haben wir auf der anderen Seite unseres Autos auch Campingstühle und einen Campingtisch. Und den holen wir jetzt einfach mal raus. Auch das wieder ganz bequem in unserem Ausbau. Hinter der Beifahrerseite einmal die Stühle. Um den Tisch rauszubekommen, muss man hier ein bisschen durchgreifen und den Beifahrersitz ein bisschen nach vorne legen. Damit man den Tisch hier einmal rausziehen kann. Damit das ganze Ambiente noch ein bisschen schöner ist, haben wir zum Beispiel noch eine Öllampe, die man dann auf den Tisch stellen kann. Ist alles fertig. Können wir uns ganz gemütlich hier hinsetzen. Du darfst auch stehen bleiben, aber du kannst dich auch hinsetzen. Ja, ich dachte, hier oben ist die Luft besser. Ah, okay, gut. So, das ist unser Sitzbereich. Ja, das Wohnzimmer, Wohn-Esszimmer-Bereich. Ja, stimmt. Damit uns das Dachzelt und die Markise überhaupt auf dem Auto halten und nicht während der Fahrt oder bei einem kräftigen Windschuss runterfallen, haben wir hier unter dem Dachzelt auf dem Auto einen Dachträger von Rhinorek verbaut, welcher eine statische Dachlast von ca. 300 Kilo und eine dynamische Dachlast von 150 Kilo aufweist. Zudem haben wir auch noch an dem Dachträger vorne einige Gadgets. Im vorderen Bereich des Autos ist eine Lightbar mit 500 Watt LED. Auf der anderen Seite einmal ein Snowcover angebracht, welches einfach dafür sorgt, dass die Heizungsansaugung, die unter diesem Snowcover ist, kein Wasser oder Schnee ansaugt. Hier einen Schnorchel von Bravo, den haben wir dafür, dass, falls wir mal durch staubige Gebiete fahren oder durch Wasserfahrten, kein Wasser in den Motor gerät und auch nicht in die Luftansaugung. Weiter hier oben auf dem Dachträger drauf ist ein High-Jack-Lifter, also quasi ein Autowagenheber, der auch umfunktioniert werden kann als Bergewerkzeug. Ja, obendrauf haben wir noch eine Funkantenne, welche mit CB-Funk betrieben ist, einfach damit, falls wir mit mehreren Leuten unterwegs sind, uns auch untereinander verständigen können und falls irgendwas sein sollte, miteinander kommunizieren können oder auch einfach, um Spaß über das Funk zu haben und nicht so einsam im Auto zu sitzen. Ab zur Außenküche und dann ins Innenleben. Und dann haben wir hier unten unseren Gaskocher drin versteckt. So, dann hier einmal ein etwas nicht so sauberer Gaskocher. Diesen Koffer kann man wunderbar als Windschutz nehmen, gerade wenn es ein bisschen windiger ist. Zum Beispiel einfach nur Wasser für einen warmen Tee für die Frau kochen. Das Brett ist aus Holland. Da hatten unsere Dachzeltnachbarn das unter der Leiter stehen, damit die nicht in den Schlamm einsinken. Und als sie gefahren sind, lag das Brett immer noch da. Und ich dachte mir, sowas ist eigentlich voll das schöne Tischbrett. Ja, dann habe ich mir das als Erinnerung an die Schlammschlacht in Holland mitgenommen und habe darauf unseren Tisch gebaut. Wir haben den Ausbau relativ simpel mit Euroboxen gestaltet und gebaut. Also so ein bisschen Kasten- und Kistensystem. Wir haben einmal unsere Küchenbox. Da ist auch alles gelabelt, damit man weiß, wo was drin ist und ich immer alles rausholen muss. Sind dann so Sachen drin wie unsere Spülschüssel, verschiedene Töpfe unten drunter, Teller, Tassen, die Kaffeemaschine, also die Bialessi, Handtücher und so ähnliches. Hinten hatte der Christian eben schon die Heringe rausgeholt. Da sind einfach ein paar Werkzeuge drin, die man braucht, wenn das Auto zum Beispiel stehen bleibt. Bei einem Defender weiß man ja nie so genau. Die muss aber der Christian rausholen. Die ist mir zu schwer tatsächlich. Hier hinten das berühmt-berüchtigte Werkzeug inklusive Bergermaterialien, wie einen langen Schlup, dass man sich wieder rausziehen kann oder abschleppen kann. Für den Landschaftsgärtner darf natürlich eine Astsäge und Astschere nicht fehlen. Dann haben wir noch hier hinten Lampenöl für unsere Öllampen und was man halt alles so braucht. Unsere Heringe sind hier drin. Hier unten drunter ist noch anderes Werkzeug und Cockpit-Tücher, falls man mal vorne ein bisschen viel Staub drin hatte. Ja, das war unsere Werkzeugkiste. Dann darfst du, glaube ich, den Rest wieder machen. Ja, also wir haben tatsächlich zwei Boxen für die Küche einfach und dann ist hier noch ein bisschen Geschirr drin, Cewa, Kaffee ist noch drin, Tee ist noch drin, ein bisschen Bespeck ist unten noch drin, Weingläser sind noch drin. Genau, und einfach so ein bisschen Öl oder was man halt zum Kochen einfach so braucht, Salz, Pfeffer und so. Neben der Küche ist die Hygienebox. Hier ist einmal unsere Solardusche drin. Das ist einfach so ein schwarzer Sack, den legt man oben aufs Auto in die Sonne und dann heizt sich das relativ schnell auf, das Wasser. Handtücher, Toilettenpapier, genau, das war auch eigentlich schon alles, was da drin ist. Dann haben wir, wenn die Motorsäge nicht im Weg stehen würde, auch ein bisschen Platz, uns zu bewegen. Dann haben wir noch unsere sonstiges Box, hier sind einfach so ein Lichterketten, noch eine andere Kappe und so weiter und so fort. Genau, und die Sportbox. Unsere Trinkbeutel sind da drin, Frisbee, Hängematte, Wurfring haben wir dabei und eine normale Frisbee. Wenn man ein bisschen mehr Spaß an, ein bisschen mehr Action hat und ein bisschen schnellere Frisbee, dann ist so ein Ring immer ganz super. Sitzschutz, also diese kleinen Sitzkisten sind da drin, aber wir haben auch tendenziell immer alles dabei. Wir haben auch noch einen Volleyball dabei. Hier oben haben wir dann einfach unsere Hosen drin, warme Sachen, Schals, dicke Jogginghosen für abends oder so. Thermoleggins sind da drin für die kalten Tage, die Oberteile, T-Shirts und hier halt eben die dicken Nacken. Die Box ist jetzt natürlich ein bisschen voller in der Jahreszeit. Damit die Boxen einfach so stehen bleiben, wie sie sind, ist hier überall noch so eine Schiene, dass es genau hier unten eben hängen bleibt, dass während der Fahrt oder wenn man mal bremst, einfach nichts rumfliegt. Genau, und dann haben wir versucht, also die Küche ist noch von dem alten Ausbau, haben wir noch drinnen gelassen. Die wird aber in der Höhe, genauso wie der Ausbau, noch verändert. Hier ist meine Kiste drin, da sind dann einfach so ein paar persönliche Gegenstände und so drin, die man dann halt einfach mitnimmt. Und dann haben wir hier unsere Sockenkiste, auch hier wieder dieses Schienensystem, dass da eben nichts rausfallen kann. In der Apotheke ist sowas wie Ibuprofen drin, Iborugast und sowas, was man halt einfach als normale Hausapotheke mitnimmt. Haben wir einfach noch unsere Unterwäsche drin und noch unsere tägliche Hygienebox. Hier ist einfach sowas drin wie Zahnbürsten, Deo. Genau, und das, was wir halt am meisten brauchen, steht immer ganz vorne. Dann hatten wir hier hinten noch einen Spalt frei. Hier sind dann unsere Wanderrucksäcke angeschnallt. Bei der Gitarre genau dasselbe, da haben wir einfach die Gurte, die noch drinnen waren, genutzt, um das einfach zu sichern. Und das war es auch eigentlich schon hier drinnen. Also alles relativ simpel, einfach aufgebaut, sodass man gut an alles drankommt, dass man hier noch ein bisschen Platz hat, reinzuklettern. Ganz vorne in der Mitte haben wir unsere Kühlbox stehen. Da bewahren wir sämtliche Lebensmittel auf, die halt kühl gelagert werden müssen. Man kommt eigentlich von überall dran. Von der einen Seite besser, von der anderen Seite nicht so gut, aber wir kommen eigentlich von überall dran. Man kommt auch von vorne vom Beifahrersitz aus dran, um während der Fahrt zum Beispiel ein kühles Getränk oder sonstige Sachen rauszuholen. Also das, was normalerweise noch hier steht, unser Frischwasserkanister, der hat vorne einen kleinen Hahn. Den stellen wir einfach immer in das Auto und dann macht man den Hahn einfach auf und dann kann man den noch ganz easy wieder auffüllen. Wenn wir mal länger unterwegs sind und wissen, okay, wir kommen halt nicht an Wasser dran, haben wir noch draußen ja auch noch ein Frischwasserkanister. Der ist von außen geschützt, sodass das Wasser von innen nicht irgendwie kippt oder so. Also das ist dann immer noch frisch. Davon haben wir noch einen und den kann man dann, wenn wir noch länger unterwegs sind, natürlich dann einfach noch da dran packen. Da gehen 20 Liter rein. Also haben wir im Auto immer um die 60 Liter von dem frischen Wasser. Auf der anderen Seite befindet sich dasselbe System, in der wir uns einfach dazu entschlossen haben, unsere Lebensmittel reinzupacken. Einmal in eine untere Box hier unten, die tatsächlich auch über den Sommer, wenn es draußen 40 Grad hat, relativ viel bleibt hier unten drin. Hier oben dasselbe Spiel. Da ist jetzt tatsächlich Schokolade drin. Das haben wir hier auf der Seite verstaut, einfach aus dem Grund, weil wir hier die Markise haben, weil wir hinter dem Auto kochen und dann nicht immer wieder ums Auto laufen müssen, sondern einfach hier auch bei Regen unterm Dach trocken sind und einfach überall ans Auto dran kommen. Haben wir alles auf einer Seite, alles im Trocknen. Also ich habe versucht bei unserem Ausbau einfach darauf zu achten, dass es kein sehr aufwendiger Ausbau ist. Einfach aus dem Grund, weil ich mir gedacht habe, es reicht, es einfach simpel zu machen. Und ich denke mir halt auch immer, warum soll ich was Großaufwendiges machen, wenn ich was sehr Einfaches in einer sehr schönen Art und Weise ausbauen kann, beziehungsweise herrichten kann. Und es funktioniert einfach. Es ist funktional. Es sieht unserer Meinung nach sehr gut aus. Und ich habe mir einfach gedacht, wenn wir das schon einfach machen, dann fangen wir auch jetzt nicht an, irgendwas zu streichen oder sowas, sondern lassen wir die Holzoptik. Hier vorne in unserem Cockpit haben wir ein Sportlenkrad verbaut, einfach aus dem Grund, wir fahren viel Hängerbetrieb und damit man, wenn man aus dem Fenster schaut und nach hinten guckt, nicht sich den Arm brischt, ein Lenkrad, das etwas kleiner ist, damit man besser rangieren kann. Hier vorne haben wir eine Magnethandyhalterung verbaut. Rechts daneben ein iPad für die bessere Navigation, weil es ist dann doch angenehmer, auf einem großen Bildschirm zu gucken, als auf so einem kleinen Handybildschirm und man lässt sich nicht so leicht ablenken. Hier unten dann das eben schon angeläutete CB-Funkmikrofon. Die Funkbox sitzt hier unten drin. Vielleicht haben wir da irgendwas Besonderes hier vorne? Nee, eigentlich nicht, ne? Nee, eigentlich. Aber du kannst noch was zu deinen Fällen sagen. Das kannst du eigentlich machen. Also da die Sitze von dem Defender nicht die mega bequemsten der Welt sind, haben wir uns gedacht, holen wir uns einfach so zwei Fake-Fälle, die einfach auch im Winter ein bisschen wärmer sind. Und das hat halt einfach den Vorteil, dass man auch auf längeren Autofahrten einfach ein bisschen bequemer sitzt. Es ist halt einfach ein bisschen schöner und ein bisschen bequemer. Können wir das bitte rausschneiden und eigentlich nur den wahren Grund dieser Fälle erklären? Das hat einfach nur den Grund, dass wir keine Sitzheizung haben in diesem Auto. Und dass einfach der Popo wärmer ist, haben wir uns irgendwann diese zwei Kunstfälle gekauft und die auf den Sitz gelegt, damit hauptsächlich Selin im Winter keinen kalten Poppes bekommt. Ich habe das richtig schön dann gleich an mir richtig Mühe gegeben. Jetzt bin dann über so einen Stuss geredet. Genau, und das war es auch eigentlich schon hier vorne, ne? Und sonst haben wir nichts Spezielles hier drin, das ist eigentlich alles so, wie es war. Ich habe mich so hoch ausgeredet. Ja, rausgeredet. Da hast du es zerstört. Da hast du es zerstört. Ja, wir sind mit dem Auto auf Reisen unterwegs. Ja. Kurztrips, auch teilweise längere Trips. Wir sind auch Offroad unterwegs. Ja. Also wir fahren auch in sämtliche Offroad-Parks in Deutschland oder auch in den heimischen Wald, den wir sehen, wo es gerade erlaubt ist. Den Defender fahren wir deswegen, weil schon immer mein Traum war, ein solches Auto zu fahren. Und ich bin einfach immer noch der Meinung, ja, es ist ein Engländer, aber Engländer bauen schöne Gärten, also können sie auch Autos bauen. Ja, das Dachzelten ist einfach für uns die bequemste und schönste Art zu reisen, weil es halt einfach einfach ist, ne? Also man klappt es da dann auf und man stehen bleiben möchte. Wenn wir dann mit unterwegs sind, bei den Dachzeltnomaden auf den Treffen, dann ist das einfach schön, einfach so eine ganze Community zu haben, die einfach dieses Freiheitsgefühl davon einfach teilt. Für uns heißt es einfach Freiheit. Oh ja, toll. Meine Lieblingsbeschäftigung aufs Auto klettern. Ich habe nicht die Hose dafür an. Ja, du Schätzkeks, du gehst ja immer von der Seite dran. Ich kann von überall aus. Sollen wir mal ein bisschen schlank machen hier? Hast du? Bauch reinziehen, Brust raus, ne? Ich glaube tatsächlich mit eines der geilsten Gadgets am Defender ist, dass man einfach bei einem so kleinen Dachzelt richtig viel Platz hat und bei der Sonne hier oben drauf zu sitzen und die Sonne zu genießen. Ja, und das war auch schon unser Zuhause auf Rädern. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst sehr, sehr gerne ein Like da. Und abonnieren nicht vergessen! Ich komme hier, ich muss runter. Ich komme hier, ich muss runter. Ich komme hier, ich muss runter. Untertitelung des ZDF, 2020